Amnesty International ist heute hier, um Solidarität zu zeigen, unter anderem mit Menschen, die geflüchtet sind und mit anderen Verfolgten weltweit. Wir stehen hier, weil wir gegen Rassismus und gegen Antisemitismus eintreten möchten. We can never achieve climate justice without fighting racism and sexism and fascism. They are all interlinked. Amen.